Abo da läuft! Okay, 3, 2, 1. Hallo, liebe Freunde! Hm? Willst du das nochmal wiederholen, Tobi? Ne, das ist drinne. Ich hab das drinne. Achso, ja cool. Hey, Tobi, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Mensch ärgert sich nicht mit Special Guest Topinator oder Tobi, wie man ihn auch gerne nennt. Hier bei Tabletop Simulator. Und nicht vergessen, dieses Brett ist gesetzlich geschützt. Das ist ne wichtige Info. Ist ne wichtige Info hier. Gesetzlich geschützt. Sollen wir das nochmal einkreisen? Ja, jetzt kann man's lesen. Sehr gut. Ja weh, du würfelst jetzt gleich ne 6, wenn ich da bin. Pan, du bist dran an übrigens. Nein. Komm mal in die Arme. Schade. Das ist doch kacke. Oh, schade. Hey. Alles klar? Ist einfach weg. Kippel, 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 Kippel. Das war Kippel, das war Kippel. Das war Kippel. Das war Kippel, komm. Das ist kein Mitleid. Der Tobi macht das auch immer. Der Tobi hat auch auf Kippel gewürfelt. Jetzt würfel nochmal. Der Tobi hatte extreme Kippel, man konnte sie. Ich hatte ne 3. Nimm das. Du spielst voll am Fuddeln hier, ey. 5, 1, 2, 3, 4. Das war knapp Curry, ey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Leck mich, Erik. Der Tobi, soll ich dir mal was zeigen? 1, 2, 3, 4. Der Tobi hat den größten. Ich würfel jetzt mal warte. Ey, lass uns doch so würfeln, dann kann man das wenigstens erkennen. Das ist eigentlich ne gute Idee, Alter. Nice. Ich würfel jetzt auch so. Wie macht ihr das denn? Du machst Rechtsklick auf deinen Würfel und dann gehst du auf Scale und dann kannst du abmachen. Ach so. Ja, ich glaub so. Ja, Curry ist gut. Der übertreibt halt wieder, ey. Geh weg. Das war ein bisschen doof. Okay, Entschuldigung. Hä? 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 Was ist das denn jetzt? Das war echt nicht? Das war ne Erik? Hä? Könnt ihr das auch erkennen auf dem Handy, liebe Leute? Könnt ihr das erkennen? Oh cool, da geh ich hin. Sandwich. Nullz. Oh warte. Komm Pat, werf mal da rein. Ah, was? Ja! Das tut mir leid, Curry. So, ich bleib jetzt. Das ist hart, ne? Das ist hart. Das war richtig hart. Das war Hertha als du, Curry. Oh, in der nächsten Folge sage ich euch, was noch hart ist. Was? Was? Hast du wieder die Hose aus, Mann? Nee, nee, noch nicht. Nächste Folge. Wenn's bei Tobi in der Hose hart wird, dann sieht das immer so aus. Oh, das... Warte mal, aber das passt. Hm? Was? Doch, 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 doch. Alles gut. Was? Nee, ich dachte, ich wäre falsch. Okay, ganz ehrlich. Ich zerreiß dir deine ganzen Püppchen und steck sie dir hinten rein, ja? Hä? Ich bin da dran, ich bin da dran. Ich bin da dran. Jetzt 6 wäre lustig. Loll. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt ne 3 kommt. Alles klar, jetzt ne 3. Let's go. Da haben wir die 3. Alles klar, Corinne. Ciao. Machs gut. Dann ich dich, ey, wenn ich dich immer finde, ich werde dich in der Luft zerreißen. Ich werde dich in der Luft zerreißen, ich werde dich zerreißen in der Luft, Alter. Du Kack Arschloch, ey. Was war das denn gerade? Was war das denn, ey? Ich kenne das Gefühl. Was war das denn gerade? Fick dich. Was war das denn gerade? Was war das denn gerade? Ich ich möchte gleich noch mal rein und dann kriege ich noch mal rein und dann komme ich nochmal raus. Loser. Du bist loser, ich게 es ist überleit. Ja komm mal her hin. Ich würfel jetzt den Sitz, komm Tobi. Ich würfel den Sitz für dich, Tobi, du Arschloch. Komm, Tobi. Ach was, ach was, ach was, was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los? Ich hab's geweitet und bin nochmal reingekrochen, Tobi. Alter. Alter. Aber im ersten Mal war das mit Tobi so schön. Weh, du gehörst jetzt zwei oder drei. Drei. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Ja, vielleicht kommt das ja noch. Oh nein, jetzt bin ich vor dem, Alter. Tobi, ich weiß, was jetzt richtig lustig wäre, Tobi. Ich geh raus, wenn du da eins würdest, bin ich raus. Als ob das passiert. Ich bin das gleiche Samstag, Tobi, geh du hin. Als ob das gerade passiert. Warum in jeder Runde einmal das, halt. Gesundheit. Hä? Was war das denn? Hast du gerade eine Cola-Flasche aufgemacht? Drei, drei, fünf. Gesundheit. Danke. Zeig doch Gott so. Danke. Fünf. Eins. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich hab nur den. Ich kann nicht mehr, wenn ich wollte. Alter. Ich kann nicht, wenn ich wollte, es tut mir so leid. Also ich wär jetzt schon hart abgefuckt. Also ich würd die ganzen Bockwürste allein auf essen. Nein. Finde schlimm, wie ruhig ist das? Tobi, gründen wir unsere eigene Gruppe jetzt. Ja, ich find auch. Ja, reich mir langsam mit den Spacken, ey. Wie heißt die denn? Petra und Kevin sind scheiße e.V. Aber ich hab, ich bin dabei. Tobi, bitte. Ja! Scheiße! Boah! Das Ding ist, der würfelt das gar nicht richtig, Mann. Der muss eigentlich... Ohne Witz. Mal noch ein paar Tränen bei dir in die Ecke. Wie, haben wir sofort raus. Komm nicht, Mann. Der Curry-Tier raus. Komm sofort raus. Immer links. Alter, Mann. Wenn er das V macht, er heißt er Kain. Ja, toll. Toll, toll. Kain und Adel. Oh, wie findest du das jetzt wussig oder was, Mann? Du bist ja richtig geil, Tobi. Ich hab, du mich verarscht. Du Ropper. Hey Tobi, was hast du gesagt? Oh nein, nein. Oh ja, wenn du den jetzt nimmst. eigentlich sind zwei Eigentlich ist er aber gut Aber wir haben ja den ganzen Abend so gespielt Ja 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 Klar Tobi Klar Tobi Curry ist du mir leid? Ich konnte nichts dafür Tobi du wärst eigentlich schon weg mit dem Pfeil Du wärst weg mit deinem Kuppelpüppchen Was für Kippe Kippe Er kann nicht verlieren Du kannst nicht reden Junge Ich rede dich gleich mal zu Tode Ich bin übrigens dafür Wenn wir jemals uns treffen Und Brettspiele spielen, das Spiel sollte man auslassen Ich hasse dieses Spiel Vielleicht wird's ja jetzt gar nicht so ohne Nein Du alter Hustensohn Alter Ich hole mir dein Skalb Du Oliver Pocher für Arme Das ist ja ganz schlimm Alter Okay das war fies, das tut mir leid Das war schon over Du kannst mir auch weh tun jetzt Könnt auch für mich jetzt sehr unangenehm werden Das ist doch schön, dass es mir nicht nur mir so leid Heils Maul Tobi Das ist echt schön, das freut mich Ey Pan ist doch dran oder nicht? Das war das zweite Mal man Erik Pascal bist du sauer? Schnauze Schwubias Ab in die stille Ecke Okay wenn ich jetzt drei würfele dann das wäre nicht so gut Bis zur nächsten Folge, tschüss Tschüss Was Tobi was? Tschau Ja nö dann verpiss dich doch Dobi dann hat das gekickt Hahahaha Ach du du bist Besser Und hier der muss auch eigentlich weg also Sorry Achso Äh Arschlo Jetzt nicht mehr lustig Bis zur nächsten Folge Tschüss Pan komm wir spielen nochmal Alles klar tschüss Ich habe so Plop 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 W Ha 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 ha!